Jo moin Leute, herzlich willkommen zu Formel 1 vom großen Preis von Aserbaidschan in Baku mit dem Rennen Saison 2023 mit den Predictions. Los geht's heute um 13 Uhr live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Und glaub noch auf Sky Sport UHD HDR. Los geht's. Das Rennen gewinnt Fernando Alonso. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter auf 2 kommt ins Ziel Max Verstappen. Dann dahinter sein Teammate Sergio Perez vor Nick De Vries. Fünfter für Charles Leclerc vor Esteban Ocon. Und siebter und achter kommt ins Ziel Lendo Norris und Carlos Sainz. So, das war's mit dem großen Preis von Aserbaidschan, Baku, der Formel 1 Saison 2023 mit den Predictions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimm uns das Glöckchen, das nicht vergessen sagt Devin. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf dem Channel. Bis dann, gute Waste. Ciao. Ciao. Ciao.